Heute am Samstag wurde ich mit 3 Uhr eingeladen. Man hat extra noch für mich gekocht. Ein pakistanisches Scharfgericht. Ich bin gespannt, ob es auch wirklich so scharf ist. Es ist nicht scharf, nicht so fest. Auch gut. Für den Abend habe ich kein Malzbier hier, sondern auf den Malzgetränk. Aber es würde mich ein bisschen freuen, wenn du einen Männerkekswürst probieren würdest. Schau. Es ist so schön. Ja, probier's. Super. Du kannst ja nicht eins sagen. Nein, du kannst nicht eins sagen. Es gibt ein ganz kleines. Ein Stückchen. Einfach. So. Und es ist ein bisschen ... Es ist ein bisschen süß. Und ein bisschen salzig. So. Und dann nehmen wir hier noch etwas. Das ist jetzt Speck. Ja. Und das ... Das zusammen ... Natalie? Ist alles gut? Ja. Speck und Schocki und Chips und ... Eben, so würden sich die Männer ernähren, wären mehr Frauen nicht ohne und würden ihnen noch Gemüse geben. Mh. 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 Deine Erwartungen übertroffen? Ja. Wunderbar. Mh. .